Herzlich Willkommen zurück Leute, Blizzards Overwatch, heute mit Chigo, ich bin unterwegs als McCree und Chigo als Junkrat, ja McCree der Revolverheld relativ simpel zu erklären, links klick normales schießen, rechts klick klassischer Film-Move, ja mit E eine Blendgranate und mit Shift eine Rolle die nachladen lässt, mit der Ulti fordert man zum Duell und muss dann einfach nur linke Maus ausdrücken sobald Gegner auf dem Bildschirm sind. Wir schauen mal, ob wir hier gleich rauskommen, leider gibt es hier keine Fenster, das heißt wir können nicht gucken, wie viele jetzt vor den Toren da warten, was ein bisschen doof ist. Ach okay, das ist die Map, da haben wir erstmal direkt Bastion auf der anderen Seite. Bastion scheint es erwischt zu haben, bist du? Ja, ich habe Bastion Platz gemacht da hinten. Und jetzt kommt noch Ryder dran, wenn ich kann... Ah, läuft! Aua, verdammt! Schweinehund. Ah, sehr gut. Ich habe das Schild von Reinhardt down. Sehr gut, jetzt komme ich gleich wieder. Jaaa... Ich liebe es, wenn das passiert! Hui! Und jetzt können wir fleißig schieben. Die Fracht muss in Bewegung bleiben! Die Fracht muss in Bewegung bleiben! Ahaha Bastion! Ahaha! Bastion, ahaha! Bastion, ahaha! Oh, ich habe mein Ulti-Rating, das heißt ich kann das direkt mal losschicken und mal gucken, ob ich Bastion da wegkriege. Ich hatte einen richtig guten Start, ich habe direkt vier Leute am Anfang getötet. Mhm, mhm. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir nochmal zum Wagen kommen. Ich habe meine Ulti auch ready. Ähm, bist du Widow? Ne, wir haben keine Widowmaker. Sonst hätten wir es wieder kombinieren können. Reinhardt ist da. Reinhardt ist da. Reinhardt ist irgendwie weg. Ach, hat mir einen, aber jetzt nicht mehr. Der ist down. Auch down. Schieben, 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 schieben. Jetzt nochmal kurz schauen, weil jetzt können noch Leute von oben kommen. Das so ein bisschen in Betracht zieht. Rechts in der Ecke steht kein Bastion, links auch nicht. Wo ist er? Da kommt erstmal Reinhardt. Dreht er mir grad nochmal den Rücken zu, wenn er das nochmal macht, geht er down. Down. Dann rein ich die Nacht. So. Jo. Easy. 3G er grade richtig gut rum. Haben wir auch. Mhm. Oh. Ups, kam ich nicht mehr weg. Da nutzen wir die Raketen. Was war das? Äh, Ulti von Bastion gerade. Er ist im Panzer, steht oben drauf. Ah. So eine dicke Rakete kam. Okay. Die Helden sterben nicht. Okay, sind aber schon relativ weit. Ja, was ich hier mit McCree so schade finde, ist das äh Grand Final. Das wird ein bisschen schwer. Hier so diese Close Combats mit diesen Kurven ist immer ganz praktisch. Und wir schauen mal, dass wir die Ulti jetzt gut platzieren können. Denn wir sehen ja gerade noch was. Wir haben einen Reinhardt, die Schweine. Da haben wir zwei Schüsse gesetzt. Ach, dieser Bastion steht immer noch oben rechts. Hat der auch Auto? Ne, jetzt darf er mich nicht sehen. Ich hab schon vier, fünf Heads da auf dem... also mehr sogar. Jetzt hab ich ihn zweimal, dreimal. Hab ihn. Bastion ist down. Okay. So lang. Werdet ihr mich nicht los. Der Weg auch irgendwann ein bisschen Eichlang irgendwie. Ja, aber ist ja Absicht. Sonst kannst du halt immer pushen. Ja, natürlich. Holti von Hanso. Er schießt die echt so? Ach kacke. Hab ich dich erwischt. Kleiner war zu hoch. Na? Alles gut. Oh, Bastion down. Das sieht ganz gut aus. Jetzt kommen wir schon mal in die Halle. Kau. Okay. Hier noch die Klappen. Okay, leider komm ich so schnell. Doch, ich komm auch nach oben. Ich hab nämlich meine Ulti wieder ready. Ready? Ah, jetzt läuft's grad richtig gut. Jetzt haben wir auch die Ulti von Widow. Jo, der Panzer ist down. Sehr gut. Reaper down. Ach, komm schon. Frecksack. Erwischt. Das war doch soweit ganz gut. Jawoll. Ah, nächster Spawnspot. Schön, schön, schön. Da schieben. Ich bin bereit zum Einsatz. Das Auto hat mich jetzt geschoben. Mist ey. Ich hab hier grad wieder gut Damage an Bastion gemacht. Ach, nach dem 11er Killstreak wurde ich dann erwischt. So wiederbelebt. Oh, Bastion. Bastion scheint down zu sein. Ah, ha, 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 ha. Das ist der Reinert wieder geflogen. Das war das Ulti. Der Ulti von... Ah, oh, nee. Ah. Und das macht Spaß. Ich hab mein Fenster zu machen sollen. Es wird nämlich grad hier drin mega arschkalt, ey. Ich hab voll die kalten Finger. Ja, ha, 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 ha. Ich kann wirklich nicht zählen. Boah, ich bin grad hier mega konzentriert. Aber ich bin auch grad richtig gut unterwegs. Ich hab ein HP gehabt. So, jetzt haben sie mich aber geguckt. Okay, wir müssen jetzt uns dabei aufs Objective konzentrieren. Weil es steht gerade noch da, wo man schieben kann. Wir müssen irgendwie nur an Bastion vorbeikommen. Aber es sieht eigentlich gar nicht so ungegrad aus für uns. Jetzt hab ich natürlich einen weiten Weg zum Laufen. Nice. Reinhard gekillt. Okay, dann weiter, weiter, weiter. Ja, ja, ja. So, Reinhard vor. Noch ein Tor. Wenn der Schild schon aufmacht, können wir, wenn Bastion klappt, bleiben. Au, von wo? Ah, von hinten. Die Sau. Reinhard, der war clever gemacht. Oh, ihr seid alle tot, oder? Ja. Wir sind grad respawnt. Aber ich kann mal mein Rädchen zünden. Mal gucken, was passiert. Was passiert? Fett! Ah, jetzt müssen wir nochmal zusammenranden. Okay. 5 Sekunden Respawn Timer. Ich hab noch da oben ein bisschen gekämpft. Wir haben nur noch 2 Minuten, aber der nächste Checkpoint ist ja gar nicht so weit. Mhm. Wir haben zwar viele Killed und alles mögliche. Aber das reicht nicht, um den Map zu gewinnen. Deswegen, ran da an den Specki. Och, was ist denn so? Mensch. Okay. Was haben wir so im Team? Shit, das war's. Ja. Der perfekte Konter mit diesem Scheiß Walk da. Vitamin Spritze gefährlich. Kann mal jemand mit anschieben? Oh, der Wagen fährt jetzt rückwärts. Jetzt oder nie. Oh man. Oh man. Oh, wir sind mittlerweile jetzt schon auf unserer Seite. Mhm. Boah, die hauen aber auch rein. Alter Falter. Ach du... Trottel. Der war zweimal Reaper. Der kontert mich komplett. Boah, rein hat mich umdrehen. Oh, das gibt's nicht. Ah, rund zwei Leute von uns nehmen jetzt Tracer. Wir brauchen nicht Tracer, wir brauchen was, was das aushält. Farrah, ganz genau. Farrah ist gut. Ein Tracer wurde zu Farrah. Das ist super. Einfach alle wegbomben. Weißt du was? Noch 60 Sekunden. Das machen wir auch. Äh... So. Meine Freunde. Ich beschütze die Unschuldigen. Farrah Attack von oben. So nicht, Freunde, ja. Oh, und er hat schon wieder den perfekten Walk hingelegt. Weiter, weiter. Nicht nachlassen. Okay. Letzte Chance. Ich schiebe. Na ja. Na ja. Na ja. Nur einer von denen tot. Ich hab grad noch einen umgebracht. Ah. So ein Mist. Da sind schon wieder alle. Hm. Jetzt aber schnell die Tiefs. Was schassen wir noch? Und ich krieg nicht wer seitdem mein Ulti fertig. Schade, schade, schade. Ach. Ne, die Verlängerung ist schnell vorbei. Die Welt nicht zurück. Schade, schade, schade. Ach. Ach. Schade, schade, schade. Da hat mich das Doppel-Reaper-Setup gekontert. Ein Reaper wär wieder kein Problem, aber zwei ist zu krass. Ja. Aktion des Spiels. Das war mies. Boah, guck mal. Oh, 90%. 94% MVP. Alter. Übertreibt der voll. Da kann man aber auch mal ein Like geben, ne, wenn man einfach mal das Spiel da dominiert hat. Hui. Ja, zwei haben es verstanden. Leute, beim nächsten Mal, ne, beziehungsweise beim nächsten Mal sehen wir uns wieder. Und schaut auch mal bei Shigo vorbei. Link unten in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns in der nächsten Runde. Macht's gut. Ciao, ciao.